Ich hab nur halt erstmal so gemacht. Ja, ist ja okay. So. Du wolltest da einen Bahnhof bauen, ne? Hier sind schon mal die ersten Schienen. Das ist ein Stack. Okay. Was brauchen wir noch? Ich wollte jetzt noch den Boden machen für die Schienen, wo die Schienen drauflaufen. Brauchen wir eigentlich auch die Booster-Tracks? Ne, nachdem wir Lokomotiven haben, die die antreiben. Okay, und welche brauchen wir da? Oder? Wir brauchen noch keine. Wir brauchen nur Schienen. Okay. Also, wie gesagt, ich kenne mich mit Weltkraft überhaupt nicht aus. Brauchen wir die Steam-Lokomotive oder was brauchen wir? Ja, die Steam-Lokomotive. Gut, dann baue ich die schon mal. Okay, die ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Ja, erklären wir dann, wenn sie fertig ist. So eine Eisenplatten. Und zwar 10. So, die Minecars sind fertig. Ivan bars haben wir, glaube ich, noch drin. Wenn es geht, mach noch ein paar Minecars mit Kisten. Moment, ich muss noch mal ganz kurz husten. Boah, ich hasse diesen Husten momentan, das glaubst du nicht. Doch, das glaube ich dir. Also, tut mir auf jeden Fall leid, wenn ich heute wirklich so ein bisschen sehr angeschlagen klinge. Aber ich kann echt nichts dafür. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Nö. Ja, das ist jetzt so. So, das waren... Nevermind, das waren vier. Hat aber gar keinen Bock über sich, eine Plate Bending Machine zu machen. Oder eine Extruder. So, ähm... Und so. Habe ich jetzt nur einen Ufen gemacht, die Stühle. Sehr schön. Die Steam-Lokomotive ist fertig. Komm schon. Ähm, dann schaue ich mal gerade, während du da noch am Werkeln bist, wie das jetzt mit dem Tanksten aussieht. Und wir haben einen Error. Versuchen wir es mal über Tanksten, den Gott. Auf jeden Fall, hier ist die Steam-Lokomotive. Und was wolltest du noch? Minecars mit Kisten. Ja. Ich weiß nicht, dass ich mir einen kann, dass du nur zu 3 erst decken lassen. Wusste ich auch nicht. Es gibt ein Pumpkin-Card? Okay. Chest-Card. Haben wir noch? Nö. Ähm, ich hab zwölf, glaub ich, gemacht. Dann mach ich jetzt mal zwölf Truhen. Ja. Ich übersetze hier da mal eine Truhe hin, wo ich dann alles hin tue. Okay. Dann haben wir noch so ein paar Eisentruhen, die sollten reichen. Ähm, was brauchen wir noch? Ja. Mhm, ja, okay. Muss jetzt nicht so tun, ne? Ich versteh ich gar nix. Äh... Ich schätze mal, wir brauchen so ein Item-Loader und Unloader, oder? Ähm... Brauchen wir... Ja, machen wir ein paar. Ich mach mal von jedem, ähm, zwei. Item-Loader. Das ist ein Hopp. Das sind Eisenplatten. Achso. Eine Empfehlung schon beim Voraus. Lasst euch nicht von der Eisenbahn überfahren. Das geht? Ja. Cool. Okay. Hast du auch so das Gefühl, dass du das erste Opfer sein wirst? Hm... So ganz dezent. Auch später mal das Hus-Kaninchen. So, zwei Item-Loader. Alter, schon wieder Pusten. Ähm... Ich glaube, ich tue mir mal so eine Hütenbombung rein. Also, ich bitte dich jetzt nochmal entschuldigen, wenn man mich gerade nicht so gut versteht. Aber... Ich hab keinen Bock, hier die ganze Aufnahme voll zu husten. So... Dann brauchen wir jetzt nochmal zehn Eisenplatten. Dann... Dann haben wir eine Truhe. Hopper. Und zwei Item-Unloader. So. So, ich schätze mal, was wir auch noch brauchen können, ist hier so ein, ähm, wo war, hier so ein Liquid Loader, oder? Stimmt, ja, damit die Loks nachtanken können. Ja, das brauchen wir auch noch. Ey, ich verstehe mich noch nicht mal mit dem Mod und ich erinnere dich an mehr Sachen, als ich weiß. Ja, ich bin gerade mit den ganzen Schienen und so beschäftigt, deswegen. Also man merkt, man hier bei Gregg Tech war ich so ein kleiner Experte, von Expansion waren wir beide gut dabei. Vsv hatte ein... Okay, man merkt, das machen wir am Anfang beide, keine Ahnung. Aber Weltkraft ist ja der Profi. Okay, also Liquid Loader und dann Loader. Wir brauchen nur Liquid Loader. Okay. Wie viele? Na... Zwei? Zwei dürften jetzt schon reichen. Gut. Liquid Loader. Die zwei Hopper. Ach ja, du konntest ja heute nicht so lange, ne? Ah, das passt schon. Ähm... Okay. Machen wir mal ein paar Glade da, beziehungsweise Brick zu noch machen. Dann... Jetzt kommt das Besondere an Railcraft. Okay. Jetzt brauchen wir nämlich ein Rooting Switch Lever. Oder heißt das so? Ne, Switch Motor. Ja. Und zwar... ...überprüft der, wenn eine Weiche... ...sonst ja immer mitkommen. Ja. Wenn zum Beispiel hier vorne kommen die Loks rein, ...beprüft er hier, ob die Lok einen beständigen Schlüssel hat. Zum Beispiel jetzt, ähm, Erze. Dann fährt die Lok hierher. Wenn die, äh, Essen als Schlüssel hat, dann fährt sie hierher. Und der switcht halt hier die Weiche, je nachdem, wie die Lok, äh, welchen Schlüssel die Lok hat. Okay. Also, du warst Switch Motor, wie viele? Drei. Gut, gut. Mach ich dir. Sollte funktionieren. Ich mach mal erst mal grad die Liquid Order zu Ende, ne? Okay. Wo waren die jetzt? Ja, Liquid Order. Stell dir vor, endlich eine sinnvolle Verwendung für Kohle. Wow. Fakt mal echt noch nicht. Die Liquid Order sind fertig. Ach ja, hast du schon mitbekommen, dass momentan Zim 2 kostenlos ist? Ja, hab ich schon gesehen. Und? Geholt? Nein. Warum? Äh, hab ich keine Verwendung für. Ich würde das trotzdem holen. Ist gratis. Oh, was fehlt? Oh, nur die grüne Wolle. Haben wir noch Wolle? Das war natürlich kein grünem Farbstoff. Äh, da, da, da. Wo bekommen wir jetzt grüne Farbe her? Lime Dye. Falsche Farbe. Konntest du mal grüne Farb mixen? Hmm. Keine Ahnung. Ah, hat sie schon erledigt. Hier ist der Pulverweiser. Kriegen wir da auch bestimmt mehr raus. Jawoll. Ey, warte mal, habe ich das ganze jetzt Playfast mit der, ähm, ohne Cactus Farben ausgehalten? Schauen wir mal auf meine Leben. Ich bin gerade an der Lok hängen geblieben. Da läuft. Ich bin nur an der Lok hängen geblieben. Mein Gott. Christian, wir wissen doch, dass du hängen geblieben bist. Wow. Ja, und? Rote Farbe noch. Ey, wir haben so viele Eier. Höh, 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 höh. Ah. Ich weiß echt nicht, meine Fassel Waffen, was ich sage. Mein Gott, das war doch nicht mit Absicht. Ja, ja, ja. Kannst du mal ein paar Stonebricks herstellen? Moment, ich gucke vielleicht noch deinen Piston-Quarften. Wie viele? Ja, ich schmeiß einfach wieder ein Semi rein. Ich schaue da eh gerade rein. Oder so. Ja. Deine Switch-Motor sind auch fertig. So schnell? Ja, die sind nicht teuer. Okay, was brauchen wir denn noch? Ich wollte es ja sagen, ich filme mich ja gerade schon irgendwie, wie so ein kleiner Bimbo. Ah ja, wir brauchen ein... Golden-Ticket. Ja, Golden-Ticket brauchen wir. Ich glaube, die solltest du sehr schnell schaffen, oder? Golden-Welway-Ticket? Ja. Das ist ein letzter da. Nee. Das ist halt immer... Das ist halt dieser Schlüssel, ne? Okay. Wie viele da brauchen wir? Äh... Zwei. Man macht noch eine... eine Lokomotive. Noch eine Steam-Lokomotive, okay. Weißt du, was das Geile ist? Ich wollte eins machen, und danach ist es ausgegangen, an Rohstoffen. Waren keine Gold-Lakets mehr drin. Warte. Okay. Ähm... Das ist so eine Frage. Ja? Wo kommt man hier raus? Ähm... Beziehungsweise, wo ist... Oben? Laut Map kommst du bei unserem Haus raus. Oder unter Wasser. Oi. Lol. Was heißt da? Dankeschön. Echt jetzt? Ja. Das ist einfach von den Schienen stehen geblieben. Äh... Was hast du noch gebraucht, was war? Ah ne, ich wollte nochmal wegen Quiz-Hutal gucken. Oh, das ist ausgewählt. Aber teilweise merkt man auch schon, dass die Staffel sich langsam mit dem Ende zugeneigt, ne? Ja, ja. Merkt man echt. Jetzt hat er nochmal anderthalb sechs Schienen gemacht. Ähm... Ich komme hier gerade hinunter. Ich gehe mal kurz mal das Essen holen. Hi Christian. Was? Er merkt gar nicht, dass ich bei ihm vorbeigehe. Äh... Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich bin gerade bei dir vorbeigegangen, aber habe gesagt, hi Christian. So. Hi Christian. Hi. Was? Ich dachte, hier geht es runter. Äh... Sollte was runter. Irgendwo. Na. Wir halten das auf. Vorhin müssen wir auf den Gang treffen. Ja. Da... Immer noch. Wow. Ein Stick. Bloß nicht zu viel. Hm. Wir laufen uns gerade gegenseitig aneinander vorbei, oder was? Äh... Anscheinend. Hi. Hi. Ah, servus. Siehste, Dominik kommt einmal vorbei und schon trifft er den Gang. Boah. Ich lasse mal, der hier kann auch noch weg. Ich lasse mal, der hier kann auch noch weg. Okay, muss der jetzt einzig rufen. Soll wir es noch ein bisschen Gang breiter machen, oder? Oder wie gesagt? Äh... Hi. Ich komme mal kurz mit dem Cliveau vorbei, ne? Das ist doof, ich habe kein Jetpack. Fuck, da war ja was. Ach, so schnell kannst du auch nicht machen. Halt dein Maul. Boah, schon wieder Eisenplatten weg. Wo verschwinden die alle hin? Können wir einen Stahlhammer machen? Nein, ich brauche sie. Ja. Ja, wir haben einen Stahlhammer. Zwei Lokomotiven, ne? Ja. Weißt du, dass das ja auch geil war, was wir jetzt in Urlaub gemacht haben? Was? Wir haben aus Langeweile einen kleinen Film gedreht. Ja, euch ist echt langweilig gewesen. Ich muss euch den echt verzeigen. Wartet. Ähm. Ich schätze mal, ich werde dir demnächst mal zeigen. Okay. Ich schaue mal, ob ich den nochmal gleich organisiert kriege. Dann kann ich dir den mal zeigen. Das ist echt geistiger Dünnschiss, das die ja gemacht haben. Aber... Das ist richtig geistiger Dünnschiss. Ich sag nur so viel. Ich habe in diesem Film jemanden mit einer Luftpumpe umgebracht. Was geht? Ich glaube, du verstehst, was ich mit geistigen Dünnschiss meinte, oder? Ja. Äh... 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 Untertitelung des ZDF, 2020